Hallo ihr Lieben, heute wollen wir ein Video machen und zwar geht es heute über den Buddhismus und da wollen wir Christian Anders heute mal mit reinbringen. Und zwar sagt er manchmal, Christian Anders nimmt er Jesus so wie er es braucht, nimmt er ihn für sich, ja? Nimmt er seine Aussagen, ja Jesus hat so und so gesagt, aber da macht er sich sehr oft lächerlich über das Christentum mit seinem Lehrbuch des Lichts. Ich wollte dieses Video eigentlich schon öfters mal machen, schon länger mal machen und ich tue mit meinem anderen Account schon circa seit sechs Jahren schon ihn, ja, kritisieren. Er macht sehr wichtige Videos, viele wichtige Videos auch, so ist es nicht, ja? Politik, gerade das bekannte Video von ihm, Buddhist Aufheit Merkel, Buddhist Aufheit Angela Merkel kann ich euch nur empfehlen, ja? Sein Satire Channel, der eigentlich ein, naja gut. Nur halt, geht das nicht, dass wenn man Jesus, wisst ihr, wenn man etwas als Wahrheit nimmt für sich, wenn man das braucht, aber dann die Lehre abstreitet, das funktioniert nicht. Also ich kann auch nicht sagen, Mohammed war ein falscher Prophet, aber Allah ist der wirkliche Gott, nur Mohammed war der falsche Prophet oder sowas, geht ja nicht, ja? Oder ich glaube schon, Allah ist Gott, nur halt, diese 124.000 Propheten haben nie existiert. Dann werde ich nehmen alles an, ja, oder gar nicht. Ja, und ich mache es mir so, wie ich das will. Ey! Fuerte las plantas! Ja? Und, um das mal ganz, ihr müsst die Sache immer kurz und schmerzlos schnell fertig machen. Dieses durch die Blumen reden, ist Zeit verlieren, ja? An jedem Buddhist, der das hier sieht, ich will euch nicht verletzen oder sonst was, ja, aber es ist Wunschdenken. Ihr müsst mal verstehen, warum funktionieren so viele Religionen. Nehmen wir das auch mal hier gleich mit rein. Bei dem Buddhismus kann ich mit einem Satz Schachmatz setzen, dann nehmen wir das noch mit rein. Warum, ja, funktionieren so viele Religionen. Es gibt Menschen, die einen kriegerischen Geist haben, sie wählen sich einen kriegerischen Geist, einen kriegerischen Gott aus. Ja? Ihr habt es jetzt gesehen, falls ihr gesehen habt, falls ihr mal gesehen habt, dass ich oft sage, dass ich Menschen kenne, die immer noch an den Gott Thor glauben, an den Gott Zeus glauben, das gibt es wirklich, ihr habt gesehen. Er ist ein sehr netter Kerl, ich will ihn nicht angreifen jetzt damit, aber ihr habt gesehen in dem Kommentar, wie ich ihm gesagt habe, Gott segne dich und hin und her und er hat mir geantwortet, hat mir geht, Thor, dich, ja, beschützen und deine Familie, ja? Er glaubt wirklich an diesen Gott Thor. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Warum? Reinkarnation, ja? Buddhismus zum Beispiel ist Menschen, ich gebe zu, dass ich als Kind, ich will kein Heuchler sein, kein Lügner, als Kind habe ich mir auch oft gewünscht, auch schwer gern, kennt ihr das, sind wir doch mal ehrlich, auch wenn du Christ warst, ja? Und es geht ja immer um die Lehre, es geht um die Lehre, solange man sich nicht mit der Lehre, mit seinem Glauben wirklich beschäftigt, kommen die menschlichen Spinnereien in deinen Kopf, dein Wunschdenken, nicht wahr? Und so war das bei mir als, da war ich wirklich ganz, ganz jugendlich, ja? Nicht 20 oder sowas. Und da habe ich mir auch sowas wie Reinkarnation gewünscht, so, boah, ich wäre doch schon schön mal als Delfin im Wasser und so als Kind, was man sich so vorstellt. Und dann passiert das natürlich, wenn man noch dann im Jugendalter kommt und dann auf LSD hängen bleibt, Entschuldigung, ja? Dass man dann am Buddhismus kommt und da dann hängen bleibt. Wir sehen das, ja, ich will hier niemanden beleidigen, wir sehen das, dass das Menschen in den 70ern, wo das anfing mit diesen Drogen und LSD, wo die Leute dann nach Indien gegangen sind und so viele Götter, die hatten da so viele Götter, ja, das ist der Trick zum Beispiel auch beim Hinduismus, der Trick ist, ja, man kann dir da so viel anbieten, ja, eine zerstöre Gott, ja, eine zerstöre Gott, ja, wir haben Brahman, wir haben Brahman, der, der ja die, ja, der noch auch, sogar noch eine Gefährtin hat, zum Beispiel von Brahman, die Leute in Indien tun eher mehr, seine Gefährtin anbeten und ihr so Sachen schenken und sowas opfern, sie mögen sogar eher mehr, denn ihre Gefährtin wohl Brahman, der Kreator ist, versteht ihr, was ich mir auch, das ist, dieses, dieses, diese, diese Liebe zur Mutter, ja, als wie zum Vater, versteht ihr, deswegen ist auch ein Katholizismus so, man lockt die Leute mit der heiligen Mutter Marias, die überhaupt nicht heilig ist, ja, die, die mit heilig überhaupt nichts zu tun hat, kein Mensch von uns ist heilig, ja, und sie wird als heilig, also von wem wurde sie heilig gesprochen, ja, weil ein Papst oder jemand oder alle Menschen sie heilig sprechen, Jesus muss die Leute heilig sprechen, Jesus sagt, ja, werdet, versucht euch, ja, wenn ihr mich liebt, halt meine Gebote, dies und das und er sagt, ja, ihr sollt dies und das tun, damit ihr, ähm, damit ihr wie der Vater heilig im Himmel ist, auch ihr heilig werdet, ja, oder beziehungsweise, ich glaube, ich hatte jetzt heilig gesagt, oder sagte er, was sagt er da nochmal, herrlich, ja, versucht, äh, herrlich zu sein, wie die, wie der, wie der Vater herrlich ist, ja, aber heilig, ja, Marie wurde nie heilig gesprochen von Jesus Christus, von, von, von den Menschen, die vorher waren, von den Jüngern und Propheten sowieso nicht, ja, also, versteht ihr, das ist immer dieses Wunschdenken, wir haben Wunschdenken in uns und das ist zum Beispiel beim Buddhismus, bleiben wir mal beim Buddhismus, wir haben dieses, diese Menschen, die an Reinkarnation, ja, Reinkarnation, noch glauben, die wählen dann natürlich den Buddhismus, weil die dann sagen, oh, ja, man hört mal was von Reinkarnation, ja, Reinkarnation, und dann, oh, Buddhismus gibt das, ja, ja, gehen sie zu dieser Religion, befassen sich gar nicht, aber großartig damit, dass die Buddhismus noch viele andere Götter hat, ja, dass Buddha immer wieder zum Menschen wird, vom Mensch, ja, wie soll etwas Heiliges, ja, Jesus, wie gesagt, in meinem anderen Video, ja, ich erkläre, dass das nur eine Ausnahme war, dass Gott mal in den Mensch kam, damit er uns befreien kann, aber beim Buddhismus ist es ja so, dass der Mensch ständig wieder in den Gott auftaucht, ja, und mit einem Satz, den Buddhismus zu zerstören, und ich gebe zu, dass ich diese Perversität von einem Moslem sogar gelernt habe, gebe ich zu, aber wirklich ein Einsatz-Schachmat-Argument ist, also Buddha, ja, kommt wieder zum, ähm, Buddha, äh, ja, wird zum Gott, dann geht er wieder zum, wird er wieder in den Mensch reinkarniert, und alles so weiter, und so weiter, also es macht ihm Spaß, ja, ständig zu onanieren, das hat der Moslem mir gesagt, und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein bisschen pervers, aber ich sage mal, mit diesem Satz machst du Buddhismus wirklich mit einem Satz Schachmat, und das habe ich auch, so mit dem Christian Anders vor circa sechs Jahren schon, habe ich mit Christian Anders schon geschrieben gehabt, mit meinem anderen Account, und der hat mir nur kurz ein bisschen was geschrieben, und habe ihn zurückgeschrieben, und das war's, dann hat er gar nicht mal zurückgeantwortet, ich habe ihn Schachmat gemacht, und heute tut er selbst mit dem Buddhismus lachen, heute tut er selbst mit dem Buddhismus lachen, ja, und früher war er Buddhist, ja, hat sich selbst als Buddhist gekennzeichnet, und heute besieht er ganz genau, ganz klar, ich sage nicht durch mich, ich habe es nicht gesagt durch mich, aber das sind Leute wie mich, ja, die halt eben die Brille abnehmen, und heute lacht er selbst über dem Buddhismus, so, so, versteht ihr, ja, das ist, was ich meine, man muss den Leuten die Brille erstmal runternehmen, jetzt hat er die Lehre Buch des Lichts, ja, also wie gesagt, wenn ihr mit dem Buddhist redet, macht das kurz und schmerzlos, wir hatten mit der Blume, wir haben alle denselben Gott und und bla bla bla, hört auf damit, Leute, es geht hier um Himmel und in die Hölle, ja, es geht darum, wer in den Himmel zu dem echten Gott kommt, unser Gott ist Liebe, der Gott kann nur Liebe sein, wenn ein Gott etwas kreiert, macht er das aus Liebe, ja, also ist das nur unser Gott, ja, gibt leider einen Gott, logisch, ja, logisch, mathematisch, wissenschaftlich, niemand überzeugt mehr als unser Gott, warum entscheiden sich Menschen so viele für andere Religionen, warum funktionieren so viele Religionen, weil sie für diese Geister, für diese verschiedenen Geister genau das anbieten, was sie verlangen, in Saudi-Arabien zum Beispiel, Saudi-Arabien war immer ein sehr kriegerisches, barbarisches, ohne jetzt beleidigen zu wollen, ist einfach so, barbarisches, barbarischer Haufen, die viel auf die Jagd gegangen sind, auf andere Menschen, ja, und wenn man Hunger hatte, hat man alles gegessen und im Koran steht selber, im Koran steht selber, du sollst das nicht essen, das nicht, das nicht essen, aber in Hunger, in Zeit des Hungers darf man alles essen, es steht alles, alles. Dann passierte das, dass ein Moslem sogar zu seinem Nachbar ging, ihn rausnahm, ihn erschlug, tötete und ihn aß in der Zeit des Hungers und niemand hat ihm was gesagt, weil es die Zeit des Hungers war, ja, es heißt es, du darfst alles essen, versteht ihr, was ich meine? Und das heißt, das muss es ja vorher schon gegeben haben, wenn diese Religion sich darauf angepasst hat, ja, dieses Schiss, ja, die Schutzsteuer, das gab es vorher auch schon, die Arabe sind früher auch schon losgegangen, haben andere beklaut, beraubt, ja, wahrscheinlich auch vergewaltigt und sonst was, ja, und das dann in die Religion eingebracht, weil diese Völker, diese Menschen damals so waren, hat Mohammed diese Religion so, dann kreiert in der zweiten Phase, dass sie für diese Menschen, weil sie die erste Phase ablehnten, die gute Phase, sage ich mal, die guten Wörter, die er da versucht hat zu bringen, sie abgelehnt haben, diese Völker, darum funktionieren Religionen, ja, wenn ich jemand bin, der gerne vergewaltigt, mordet, raubt und dann kommt mir einer und sagt, hier, meine Religion bietet dir das, dann glaube ich nicht unbedingt an diesen Gott, denn zum Beispiel Islam heißt es selbst, du kannst Moslem sein, ohne daran zu glauben, ja, du kannst Moslem sein, ohne daran zu glauben, das müsst ihr euch mal vorstellen, warum, weil dieser Glaube dir anbietet, was dein Geist dir, was deine geistlichen Krankheiten ausleben wollen, versteht ihr das, ja, und ich sage nicht, dass jede Religion für Geisteskranke ist, aber es gibt Religionen für Geisteskranke, es gibt Religionen für Leute, die gerne denken, oh, ich würde gerne mal, ja, wie ich als Kind habe, ich würde gerne schon mal als Telfin reinkarnieren, rundherum auch mal ein bisschen, was er ist, ja, so als Kind halt, ja, so, ja, was man halt so denkt, ja, und das sind die Religionen, die dann funktionieren für die verschiedenen Geister, ja, darum funktionieren verschiedene Religionen, jeder macht sich sein Wunschkonzert im Kopf und das, die Gründer der Religionen wissen das und haben das angepasst auf diesen Menschen, die Religionen wurden erschaffen, angepasst auf die Menschen, ja, nicht hier der Mensch wie im Judentum, im Christentum muss sich der Mensch unseren Gott anpassen, ja, was er von uns verlangt, sondern hier wurde die Religion gebastelt auf die, auf die Völker, auf die Gruppierungen, ja, auf die Stämme, ja, gut, oder halt eben auf die Einzelperson, der, der Erfinder der Religion, äh, die ihre Geisteskrankheiten erlaube, ja, so, also, wie gesagt, kurz und schmerzlos, Buddhismus ist sehr einfach fertig zu machen, ja, und dann Christian Anders, ganz klar, wenn du sagst, ähm, die Lehre des Lichts, ja, Jesus Christus sagt, wenn du doch von Jesus Christus manches annimmst und manches ablehnst, ja, Jesus Christus sagt, ich bin das Licht, das habe ich ihm auch schon persönlich geschrieben, ihr wisst ja, dass ich meistens immer, wenn ich jemandem, gerade über Menschen persönlich was sage, dass ich ihm schon persönlich gesagt habe, dann habe ich ihm jetzt vor, glaube ich, zwei Wochen genau das schon persönlich geschrieben, was ich, äh, jetzt auch sagen werde. Ich habe ihm geschrieben gehabt, wenn du doch, ja, Buch des Lichts, das ist die absolute Wahrheit und hin und her, und dann habe ich Jesus, ja, als Teilwahrheit mal für dich nimmst und mal nicht, ja, Jesus sagt, dass er das Licht ist, ja, Jesus sagt, ich bin das Licht, und er sagt, das Licht, Buch der Lehre, ja, da müsste ja Jesus, da müsste ja Jesus die Wahrheit sein, ja, die Wahrheit sein, wer dieses Buch des Lichts erschaffen hat, denn Jesus sagt, ich bin das Licht, also in seinem Verständnis, nicht in meinem, nicht falsch verstehen, ja, er müsste diese, diese Wahrheit dieses Buches von Jesus kommen, laut seiner Aussage, denn Jesus sagt, ich bin das Licht. Jetzt werdet ihr natürlich sehen, ja, wenn ihr das Video zum Beispiel sehen würdet, würde er sagen, nee, nee, das lehne ich aber ab, aber andere Sachen lehnt er an, ja, und somit widerspricht er sich, ja, widerspricht er sich komplett, weil er in allen manchen Sachen sagt, ja, aber Jesus sagt das so und so und hat nicht Jesus da und so und so gesagt hat, benutze das, ja, und zu verwirren, um die Christen, ja, und, ja, genau, so ihr Lieben, also, Buddhismus Schachmat mit einem Satz, ja, also Buddha, Buddha mag es wieder auf die Welt zu kommen, Moment, Entschuldigung, also Buddha mag es auf die Welt zu kommen, ja, und, äh, wieder, wieder zu pissen, wieder zu kacken, ja, Entschuldigung, da ich das so sage, aber ihr müsst das, wenn ihr solche Sachen sagt, dann tut ihr einen wirklich im Kopf so, ey, Mann, das stimmt ja, also Gott kommt auf die Welt, ja, reinkarniert wieder, reinkarniert wieder, reinkarniert wieder, weil es ihm wohl Spaß macht zu kacken, zu pissen, ja, zu onanieren, das Weltliche in die, in die, in die, in die Sünde zu fallen, das Weltweltliche gelöst, ja, er hat, Buddha ist, äh, laut, laut, äh, meditieren und hin und her so weise geworden, ja, so geistlich stark und hin und her, dass er dann zu diesem Gott Buddha wurde, er hat diesen Status erreicht und dann tut er sich wieder erniedrigen, die Muslime bei uns sagen, Gott erniedrigt sich und kommt als Mensch, das war nur eine Ausnahme, dann wird uns von der Sünde retten und jetzt bleibt er da, wenn er mich liebt, ja, wolltet ihr, dass ich wieder hoch zu meinem Vater gehen, zu meiner Herrlichkeit, dass er wieder diese Herrlichkeit hat und in der Herrlichkeit bleibt, wenn wir ihn lieben, wollen wir das ja für ihn, ja, und hier beantworten muss man selbst die Antwort, wenn sie verstehen würden, dass das ja nur eine Ausnahme war, um uns von der Sünde zu befreien, ja, so, warum gibt es Satanisten, ist ganz klar, das ist ein großes Beispiel, warum gibt es Satanisten, ihr, ihr, ich sehe das oft, dass viele fragen, die können, Jesus sagt, dass ihr, wie Jesus sagt, ihr müsst das nur verstehen, Jesus sagt, ähm, Gott, äh, Satan wurde zum Gott dieser Welt, was heißt das? Das heißt, wenn Satan Gott dieser Welt ist, dann muss die Mehrzahl der Menschheit Satan zu Gott haben, weil wenn das nur 10, 20 sind und 10, 20 Prozent sind der Menschheit, ist das noch lange nicht der Gott dieser Welt und nur weil alle böse sind, wir sünden, heißt das noch lange nicht, dass Satan Gott dieser Welt ist, das heißt hier ganz klar, dass über 50 Prozent sich für Satan entschlossen haben, ja, und wenn Satan, Satan kopiert ja alles immer von Gott und verdreht, das sehen wir auch im Koran, Koran kopiert von der Bibel, von davon an Religion und verdreht, ja, Antichrist stellt anstatt Jesus, ja, ist Jesus Isa im Islam, ja, Antichrist, ja, anstelle von gegen Jesus, ja, er wurde nicht gekreuzigt, wenn man hat jemand anderen hingestellt, Antichrist, anstelle von, man hat anstelle Jesus jemand anders hingestellt, ein eindeutiger Antichrist, schwarz auf weiß, der Islam, versteht ihr, so, und das heißt jetzt ganz genau, wenn 1,5 Milliarden Muslime gibt es, ja, es gibt, sagen wir mal, 8 Milliarden Menschen, ja, sagen wir mal, 2 Milliarden Muslime, ja, das ist ja schon ein Viertel der Menschen, die Satan als Gott haben, ja, so, dann haben wir noch die ganzen anderen Satansdiener und sowieso, ja, der Vater sagt, der Lügner, der Lügner, wer ist der Lügner, kommen wir alle, weil wir mal gelogen haben in die Hölle, der Vater sagt, der Lügner kommt in die Hölle, jetzt haben wir, jeder von uns hat mal gelogen, jeder Mensch, das würde heißen, würde ja gar keiner ins Paradies kommen, würde heißen, wie der Spruch, Gott verspricht uns den Himmel, ja, wenn wir an den Glauben und hin und her sagt, aber ganz klar, der Lügner, ja, der kommt nicht ins Himmel, das drückt der hier ganz klar aus, der sagt nicht, hier, versteht ihr, der sagt, 4, 5 Wörter ganz genau, wenn ich in den Himmel komme, wir alle haben gelogen, also kommen wir alle nicht in den Himmel, das wäre ja ein Widerspruch, logische Schlussfolgerung, wer ist der Lügner, ja, der, ja, der entweder hinzufügt oder entfernt, ja, der hinzufügt oder entfernt, ja, jeder kann sich mal versprechen, ja, sollen wir nicht, wir müssen uns konzentrieren, was wir lernen, ja, und wenn wir mal ein Fehler machen, müssen wir ganz klar in der Gemeinde uns entschuldigen, ganz klar uns entschuldigen, auch bei Gott entschuldigen, Gott kennt unser Herz, ja, wir müssen nicht immer Angst haben, Angst haben, Angst haben, mache ich mal einen Fehler, mir passieren so oft, ich sage, anstatt Koran sage ich auch, sie sind Bibel, anstatt dies sage ich das, aber das war, äh, das war nicht mein Herz, der das das gesagt hat, das war eine menschliche Schwäche von mir, ja, versteht ihr, ihr müsst nicht so viel Angst haben, und wenn euch da ein Bruder sagt ihr, warum hast du das und das gesagt, dann erklärt ihr das nicht ganz normal, und wenn euch der eine sagt, wie das mir schon mal passiert ist, ja, habe ich auch, äh, mal was gesagt, und aber am Ende habe ich ganz klar gesagt, siehst du, ich habe nur mit dir gespielt, jetzt gebe ich dir die richtige Antworten, davor habe ich nur gespielt, und dann hat er, äh, weil ich da gespielt habe mit dem Typ, hat er gedacht, äh, das wäre meine echte Antwort, und dann schreibe, schreibt er mir, du sagst, hat sie ihn auch, blablabla, ihr braucht keine Angst vor diesen Leuten haben, denn ein echter Christi wird euch sagen, halt, ey, lieber Bruder, du hast hier das und das gesagt, äh, war das jetzt dein Ernst, manche das ernst, die sind das, und wir das mit dir ganz normal besprechen, das ist ein Christ, vor diesen Menschen, die auch direkter, du Antikristen, weil ich brauche, Leute, das sind keine Christen, das sind keine Christen, ein Christ, ja, der schreibt sich an, Herr Bruder, du hast da einen Fehler gemacht, ja, und dann guckst du, okay, ja, stimmt, und dann entschuldigst du dich in der Gemeinde, und schweißt das ganz klar hin, ja, dass das jeder lesen kann, vor Gott, du bezeugst es, ja, dass das ein menschlicher Fehler war, ja, das ist auch geschickt, dass wir das hier mal hier mit reinnehmen, dass ihr arbeitet, ihr habt Angst zu arbeiten, weil ihr Angst habt, Fehler zu machen, ihr habt Angst, hinzuzufügen oder zu entfernen, weil das eine große Strafe ist, ja, das stimmt, aber Gott kennt euer Herz, wenn ihr arbeiten wollt, für Gottes Wort, ihr menschlichen Schwächen habt, ja, aber ihr aus dem guten Herzen das tun wolltet, ja, dann tut.